gut ja ich glaube ich nehme auf von mir aus können wir da mal rein in die Karre äh was für eins nehmen wir? Banded Technical oder Lightrunner? er such dir aus nehm mal Lightrunner ich äh geh so aus hier oben rein so willkommen zurück zu Park Nr. 124 von Borderlands 2 nochmal zurück an einer altbekannten Stelle Gelle hoffen wir mal dass wir diesmal das hinbekommen ja die Hoffnung ist groß wir dachten uns wir machen die Missionen lieber jetzt anstelle dass uns später alle langwierigen Missionen gebündelt in den Arsch beißen genau im besten Fall geht es schnell und wir haben dann noch irgendwie ein zwei Nebenmissionen in diesem Part oder es wird ein ganz schön langer Part schauen wir mal ja ich hab mir heute erst ne Challenge von jemandem angeschaut der die Strecke gemacht hat und der irgendwie ich glaub alle unsichtbaren Wände gefunden hat und hier gibt es ja einige davon ja er ist auf einmal irgendwie durch ne Lücke durchgefahren wo fast zweimal das Auto durchgepasst hätte und da war einfach ne Wand und da kam ich durch ups ja ja war schon ziemlich witzig wenn es jetzt ein First Try versucht wird versucht wird dann äh wäre das gut gut und aber auch belastend für mich oder für dich also ich glaub für unser damaliges Ich wäre es auf jeden Fall belastend naja als ich das äh damals versucht hab für den Erfolg zu machen hat es auch ein paar Versuche gebraucht man muss es erstmal warm fahren der Motor muss erstmal heiß laufen quasi na gescheitert ne Abkürzung falsch genommen mhm bestimmt oh ja da hat echt noch ein gutes Stück gefehlt äh soll ich? ich mach ja bitte ich versuch mal so weit wie möglich fortzufahren vielleicht kriegt man da noch mal stimmt ich kann mich einfach zu dir teleportieren oder? ja halt über die Catch-Ride Station ja ich komm dazu mach einfach na schade ich muss ja tatsächlich und los auf die Plätze fertig los ich hab's extra früher gesagt weil ich den äh Delay von Discord mit einberechnet hab na du warst tatsächlich voll los drin ach schade die Checkpoints können einem das knick krashen ja die sind halt auch so platziert dass du danach ähm etwas gekonnt die Abkürzungen nehmen musst ja und hier dieser Hügel also ja ja einmal falsch gefahren und die Hitbox katapultiert dich in die nächste Zone ja in die Zone die ich nicht haben möchte ja einmal falsche Hitbox und du bist beim Bunker draußen genau ok das ist so gut wie gescheitert na fahren wir trotzdem abbrechen können wir es ja eh nicht ja was man aber auch sagen muss wenn wir es irgendwann schaffen dann kann man immerhin auf dem Kanal eine mögliche Herangehensweise finden ja es wäre der Anfang das hätte immerhin was lehrreicheres in dem Spiel als hey wenn du auf die Gegner schießt ist er irgendwann tot zielen und schießen ja laufen und schießen how to basic du meinst wie jedes zweite Tutorial im Videospielen benutze weh als die hey wusstest du dass du dich nach vorne ja ich wollte gerade sagen wusstest du dass wenn du weh drückst du dich dass du nach vorne wirst wusstest du du kannst nicht nur in einer Ecke gammeln sondern auch bewegen verdammt sehr viele Radschläge klingen wie Yoda Weisheiten wissen du tun du können bewegen mit WASD mit großer Anstrengung kommen große Fähigkeiten benutze alt F4 um das Menü zu öffnen Pfeiltasten benutzen du musst wobei das es ja tatsächlich auch Spieler gibt die halt die Pfeiltaste zum bewegen verwenden anstatt WASD das gibt es natürlich auch sehr viele RPG-Macherspiele benutzen Pfeiltasten es ist halt äh bei Shooter ist das zum Beispiel nicht ganz so verbreitet wenn ich das richtig mitbekommen habe naja bei RPG-Macherspielen hast du halt den Vorteil dass du rechts die Hand an der Steuerung haben kannst sprich dem Pfeiltasten und links an deinen äh Fähigkeits-Shortcuts wie jetzt äh diverse äh Zahlentasten zum Beispiel wo du dich dann high hast oder sonst was und bei Shootern ist es halt so dass du links halt an der Tastatur sein musst um dich zu bewegen und du halt nur rechts die Maus in die Hand hast wobei wobei ne das stimmt nicht du kannst Borderlands 2 durchspielen ohne die Maus zu benutzen kann ich mir gut vorstellen und weißt du wie ok es gibt ne Einstellung im Spiel mit der du dich mit den Tasten links und rechts langsam nach links und nach rechts drehen kannst oh und dann kannst du nach oben und unten so einstellen dass du halt zielst und so ähm du kannst aber nicht nach oben und nach unten schauen was sehr viele Triggerpunkte ätzend macht aber das überhaupt zu tun ist halt schon ne Sache ja ne Frage die ich vielleicht vorher hätte stellen sollen aber wenn wir über unserer Part länger sind äh wird dann in der Nachbearbeitung schneiden in der Werkung gezogen oder wird es einfach nur ein langer Part langer Part ok der wird ne Stunde gehen sicher? den Kampf gegen Blue haben wir auch nicht geschnitten hm ja dann kommt schon mein Totschlag Argument einfach Kateri Cockpit irgendwas ich aber der Kampf gegen Blue hmhm und du denkst dir dann bloß so ja halt dein Maul bitte dankeschön eine hervorragende Rammtechnik die Brücke wird sich das für ungefähr 2 Sekunden merken bestimmt 10% an der Helf verloren auf einmal stürzt sie beim nächsten Versuch ein und dann kommt ein Dialog von Tiny Tina mir war langweilig kaboom hä? äh pff äh ja solche Wände aber hey freudig du hast wieder was für ein Short in letzter Zeit in letzter Zeit haben wir äh 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 in letzter Zeit äh wurde ja bei den Borderlands Shorts Achtung Bordwitz ein wenig auf die Bremse getreten wir sind da ein wenig zu kurz geraten oder wie? ja ungefähr genauso kurz wie wütender Zwerg Goliath Wann können die die Straße auch nicht einfach reparieren? die machen es wie bei äh bei anderen Infrastrukturprojekten und sagen sich wird zuschussend nur dann wenn es nicht repariert sondern neu gebaut wird ach das erinnert mich an was anderes ich hab äh mir vor kurzem oder was heißt vor kurzem ich tu zur Zeit für Neptunia ein wenig grinden weil äh der Grind privat Spaß macht aber als äh Video äh Videospiel zum Aufnehmen halt ein wenig nervig ist weil man dann immer so wenig erreicht ähm tue ich mir immer sehr gerne Videos vom Held der Steine reinpfeifen von seinem Zweitkanal wo er einfach über irgendwelche Themen labert wie Postboten Infrastrukturen und so weiter mhm und ähm da hat er vor kurzem darüber geredet dass es äh ich glaub um eine Uni oder so ging und äh ja da ist in zwei Räumen einfach die Decke eingestürzt also denen ist wortwörtlich die Decke auf den Kopf gefallen ok wir können das übersehen äh das ist eine sehr gute Frage gespart am falschen Ende würde ich sagen oh Gott der Wheelie der kann einem auch so viel kosten na das kostet mir grad den Versuch war das gerade bei dir auch dass der Checkpoint noch kurz angezeigt wurde? mhm ich hab's nicht mitbekommen ok ok wenigstens werde ich im Auto nicht teleportiert stell dir mal vor ich werde einfach aus dem Auto teleportiert ich würd dich nicht aufsammeln alles für die Zeit na das glaub ich dir ja das ist glaub ich dir ich überleg mir tatsächlich ob diese Abkürzung oben drüber zu fahren wirklich eine Abkürzung ist oder einfach nur eine Falle ich denk noch drei Versuche und dann wissen wir's ich steig hier mal aus äh muss kurz was machen meine säure Wolke hat den Wagen da hinten kurz platt gemacht der hat mich bemerkt 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 10 10 11 14 14 14 15 15 15 15 16 16 Mit der Abkürzung nicht wirklich, es ging dann eher darum, dass ich jetzt ein Video gemacht habe. Unten drunter kommt man halt auch relativ schnell durch. Da hat man halt das Problem mit dem Aufkommen auf dem Boden nicht. Ja. Was das so ein bisschen ausgleichen kann. Ja, man hat halt das Risiko weniger, aber dafür könnte es, je nachdem. Wir hatten ja jetzt vorhin das Problem gehabt, wie in der Bodenwelle quasi. Ja. Und das kann einem dann den Versuch kaputt machen werden. Nur ob man jetzt den Wheelie macht, wie in der Bodenwelle oder den Wheelie macht, weil er zu hart aufkommt. Meinst du, wir schaffen es, die Länge von dem Star Wars Part hinzubekommen? Ich weiß nicht. Schreibt es uns in die Kommentare. Die gingen so 35 bis 55 Minuten. Auf einmal so drei Stunden. Später. Naja, aktuell sind wir bei 15. Stunden? Das auch, ja. Genau, wir sind bei 15 Stunden. Tage. Wochen. Eier. Boah, da. Schöne Scheiße. Ja. Vor allem, ich muss ja bloß blöde Sprüche dazu reißen. Du bist ja derjenige, wo ich aufs Faden konzentrieren muss. Was konzentrieren? Das stand nicht im Vertrag. Du weißt doch, dass das nicht klappt. Nee, ich hab vergessen, dass ich mein Nitro aufgebraucht hatte. Soll ich dir jetzt jedes Mal sagen, wenn der Nitro weg ist? Kannst du es sehen? Ja. Schön. Ich sag aber nur, wenn er weg ist. Wenn ich nichts sag, ist er da. Also, keine Nachrichten sind gute Nachrichten? Ja. Gut. Ich mein, ich, äh, sehe ja, äh, wann du Nitro für welche Rampen benutzt. Das heißt, ich kann davor dann Bescheid sagen. Du bist ja der Torg, so der Baby. Willst du dich doch mit diesem Alter weggemacht? Torg, 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 Torg. Also, Sprecher gibt's Krieger, die sind aus Oink, Oink gemacht? Ach, keine Ahnung. Weißt du, was wir machen so? Ich sag's dir, wenn er weg ist, sag ich dir Bescheid. Und wenn er wieder voll ist, sag ich dir auch Bescheid. Halb voll. Na, ich passe halt besser auf. Übrigens, wir fuhren da jetzt schon ein paar Mal an dem Kameräcker-Symbol vorbei. Nice. Voll. Das war nämlich unten auf der Rampe. Äh, nee, oben auf der, äh, auf dem Highway. Ein Drittel. Voll. Leer. Ich hoffe mal, dass er uns nicht zu hart ausgebremst hat jetzt. Voll. Halb voll. Na, könnte noch. Halb. Äh, ich glaub, bisher ist es unser bester Versuch. Glaub ich auch. Voll. Okay, ich glaub, jetzt hast du die Sekunde, die man hinterher hat, äh, bisschen verschenkt. Schade. Naja, das hätte man nicht mehr geschafft, zeitlich. Ich werd's mal beim nächsten Run unten drunter versuchen. Ja, das ist vielleicht gut. Letzte Rampe, äh, dich nehmen und dann unten drunter fahren durch die Säulen. Mach's unten drunter und benutzt den Turbo auf den Straßen dafür öfter. Vielleicht geht's dann. Es ist halt im Endeffekt so, dass man jetzt hier hat, man ja die Option entweder der Straße entlang oder geradeaus durchzufahren. Geradeaus durch ist ja ein bisschen effizienter, weil man da dann durchdüßen kann. Ja. Weil das verknappt. Am Ende haut einen noch, äh, so ein Rahmen von diesen blöden Idioten nach Mexiko. Na, da kommt man dann beim Krieger raus. Ja. Nein. Doch. Meinst du, wir sollten mal ein anderes Gefährt ausprobieren, als ob das einen Unterschied machen würde? Na, das wird leider keinen Unterschied machen. Es wird halt hauptsächlich die Hitbox verändern, aber ob das jetzt zu unseren Gunsten wäre? Ich weiß nicht, ob es so sehr die Hitbox verändert. Ich fliege! Müsste nicht im, äh, Spielcode vom, äh, Spiel halt eben, einfach bloß der Hitbox hinterlegt sein und die wird aufs Fahrzeug angewandt? Schon. Also halt, dass von der Hitbox her jedes Fahrzeug behandelt wird, als ob es das einzige Fahrzeug wäre. Also sprich, ein Hitbox für alles? Ja. Oh, die ist ausknapp. Was hast du da gerade gemacht? Das passiert häufiger irgendwie. Das liegt an diesen Spawnpads hier. Ah, wenn die fette Sirene nicht mehr hinten drauf sitzt, dann, äh, wird der Wagen vorne ab oder wie, äh, hinten ab. Ich find's schön, dass du sofort am Anfang das hergibst. Kann man die töten und irgendwie dafür Zeit bekommen? Leider nicht. Wenn's so wäre, wäre das das erste, was ich machen würde nach dem Rundenstart. Ja, du würdest wahrscheinlich eh bis zwei Sekunden dazu bekommen und fünf Sekunden brauchen, um die zu töten. Ich würde einfach drüber fahren, dann brauch ich keine Sekunde. Und dann verpassen die dir ein Willi. Ah ja, stimmt ja, da war ja was. Also wir müssen halt eine Runde innerhalb von ein bisschen mehr als 50 Sekunden hinbekommen. Äh, nee, mit 50 Sekunden, äh, übriger Zeit. Ich wollte gerade schon fragen, mehr oder weniger? Mehr als halt übrig ist gut. Ja. War das so gewollt? Ja, weil ich mein Nitro aufgebraucht hatte, bevor ich dagegen fahre. Genauso wie da. Der Stein hatte eine sehr große Hitbox. Welcher Stein? Ja. Man hat's dir Sand auf dem Boden. Das sind sehr viele kleine Steine. Und dann bist du dir sicher, dass man die Mission schaffen kann? Die Mission kann man schaffen, sonst hätte ich den Erfolg nicht. Weil es gibt ja ein Achievement dafür, alle Missionen, äh, in dem DLC zu machen. Schön wär's, wenn's irgendeinen Cheat gibt, um einfach die Zeit anzuhalten. Hm. Naja, es müsste nur genügend Leute stören, damit so einer entwickelt wird. Bestimmt gibt's da auch einen. Also, falls der Part eine Stunde erreicht, wollen wir dann einfach, äh, eine mehrteilige Reihe von diesem Versuch draus machen. Werden wir uns zum Schluss überlegen. Ja, ist ja so mein Vorschlag. Wenn du halt vorher wüsstest, dass der Run failed und dann zu sagen könntest, nein, den nehm ich nicht an. Ich nehm den übernächsten. Ich lehne ab. Ja. Ich mein, die Leute auf YouTube haben es einfach, die können vorspuren. Ja. Du hast auch aufgegeben? Ja. Für den Run schon. Ja, okay. Können wir eigentlich die Mission, äh, als gescheitert markieren, indem wir einfach die Mission wechseln? Hm, was, ich lasse mich gucken. Ich suche gerade... Die Mission, ich finde die Mission nicht. Warte mal. Death Race, ja, gescheitert. Cool. Ah, das ist ein guter Trick eigentlich. Dann kümmere ich mich um das Scheitern und Entscheitern. Okay. Soll ich dir einfach hier stehen bleiben und du sagst mir, wenn sie gescheitert ist? Wer soll ich so hinbekommen, solange wie die Checkpoints nicht dich mit im Fahrzeug benötigen? Funktioniert? Äh, scheinbar nicht. Scheinbar, äh, interessiert sich die Checkpoints für mich nicht. Du bist uninteressant, oder wie? Ach, halt die Klappe. Hab dich auch gern. Soll ich gleich die Mission wechseln? Nur, wenn du niemals fertig werden möchtest. Äh, nee, doch nicht. Überlegst dir gut. Du strafst dich damit selbst. Jetzt hab ich nur das Problem, bei dir sieht man was. Und, äh, bei mir ist halt... Hey, ich hab dich einmal kurz gesehen. Hallo, ciao. Adieu. Ich steh grad da, wie jemand... Selavi. Ich steh grad da, wie jemand, der einen kennt, der grad einen Marathon läuft und an der Seite steht, nur, um, äh, den für eine Sekunde zu sehen, während der Vorbeirand. Und anfeuern, los. Fahr schneller. Fahr besser. Fahr weiter. Ja. Ja. Soll ich? Na, die Runde schaut gut aus. Okay. Schade. Eins. Nö, gescheit. Na, dann nehmen wir's gleich wieder an. Na, wenn ich... ...mit 50 Sekunden übriger Zeit noch... Verdamm. Dir fährt jemand hinterher. Sicher? Ich kümmere mich mal darum, ja? Schön. Ich bin eine... Motherfuck, wie es hier regnet, als ob ihr was gegen mich ausrichten könnt. Ich laufe hier nicht nur mit einem schwachen Macromancer durch. Warst du aus den Fleischsmovies? Ja. Nein, also du merkst halt wirklich stark, was für einen Unterschied das macht, ob du ein Macromancer bist, der halt, äh, ein Mensch ist mit dem zusammengebauten Roboter. Oder eine Sirene mit Iridium-Kräften. Auf einmal schießt du die Gegner bloß mit Iridium-Baren ab. Flop, 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 flop. Na, eher mit Iridium-Nuggets. Man hat ja bei Dr. Z gesehen, dass das bei dem einen sehr gut gedrückt wird. Ja. Hm. Hey, wir haben bald eine halbe Stunde. Das war knapp. Bin ich ja froh, dass wir heute, äh, sonst nichts anderes aufnehmen müssen. Ha, der war gut. Ja. Ist ja nicht so, als würden wir unser anderes Projekt am Stück aufnehmen, so. Sechs Stunden teilweise die Session. Kommt wieder Gesündel, dann kann ich mir wieder ein wenig die Zeit vertreiben. Ne, es ist kein Gesündelter. Das ist schade. Wird zumindest von Runde zu Runde besser. Ja, irgendwann hat man halt die minimalistischen Bewegungen drinnen. Ich mag's, dass bei dir, äh, wegen der Mod-Bezeichnung Schmerzfleisch steht und bei mir einfach Nurse, also Arzt. Also, ja. Das hat was. Ja, das ist so, das ist so ein leichter Hauch von Ironie. Wird nichts. Es wär halt gut genug gewesen, als dass ich's hätte versuchen wollen, aber gut. Ach so, äh, weil du zurückgefahren bist, deswegen. Jetzt bin ich zurückgefahren, nachdem du das geändert hast. Ah, okay, dann hab ich's falsch interpretiert. Du hast abgebrochen, ich hab mir nur so gedacht. Es läuft immer noch weiter. Hä, warum? Na schön, jetzt ist ja eh zu Ende. Äh, nee. Es läuft immer noch durch. Ich mein jetzt, der Versuch ist ja in dem Sinne von, kann ich nix mehr retten. Warum könnten wir den vorhin abbrechen? Hm, eigenartig. Für wie lange verzichtet man eigentlich auf das Recht? Ist das so, dass man da irgendwie einen Vertrag unterschreibt und man dafür ist eigentlich der Rest seines Lebens nicht mehr? Oder dass man stirbt? Das, was du erst eintritt? Also beides. Ja. Ja. Zähl mir vor, keins von beidem trifft ein. Na, das wär scheiße. So etwas wie eine unsterbliche Kreatur? Eine Kreatur, die dem Tod den Krieg ansagt. Ein wahrer Krieger. Warte, den gab's ja schon. Den gab's einmal. Ja. Es war einmal vor langer, langer Zeit, als Wunder noch Märchen waren. Hey, wieder gescheitert. Was ist denn da hinten passiert, dass du noch so weit weg warst? Delle im Boden. Ah, okay. Also irgendwann kann ich hier wirklich in Delle. Ich glaub, das muss man auch, wenn man das schaffen möchte. Haben wir bei der Kneipenschlägerei eigentlich alles gemacht? Hm. Ja, hier schon. Kannst aber gerne einmal nachschauen, zur Sicherheit. Nee, ist kein Rematch, das ist Schwierigkeit 50, äh, Level 50, aber du bist der Level 42 und ich bin Level 48 und eine Sirene mit einer Säurewolke, also... Verstehe. Das wär, das wär etwas, was man mal anpeilen könnte, wenn dieser Roadblock irgendwann geschafft ist. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Nicht schlecht. Deine Leber ist eine Kühlerfigur. Legenden besagen, wenn man einmal die Runde ganz beschissen gefahren ist, dann kennt man sie so gut mit all ihren Macken, dass man sie danach makell losfährt. Hoffentlich stimmt das. Naja, wenn du einmal jede Wand mitnimmst, dann weißt du, wo die Tür ist. Wand, 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 Wand. Und auf einmal so ein Raum ohne Türen. Ja. Was verkaufen sie denn hier? Wände. Wir haben Exquisite aus Metall, Holz und unsichtbar. Ja. Das kann doch nicht sein. Wie viel hat das noch gefehlt? Drei Sekunden? Vier Sekunden? Ich glaub zehn. Naja, so als ich wieder angenommen hab, sag mir mal fünf Sekunden hätten vielleicht gefehlt. Aber mehr nicht. Nicht mehr als fünf. Ich muss doch irgendwie an Zeit kommen können. Es gibt ein Artefakt. Das macht was? Das Fahrzeug, das es schneller Nitro regeneriert. Also ich würde ja fast fragen, ob man das für diese Mission braucht. Aber die Antwort wäre wahrscheinlich nein. Bist du sicher, dass schnelle Nitro Regeneration da nicht helfen könnte? Doch, natürlich könnte sie helfen, aber meinst du, die Mission ist so ausgelegt, dass man ohne das Artefakt das nicht hinbekommt? Das macht es auf jeden Fall schwieriger, wenn ich mein T-Shirt wahrscheinlich. Kannst du nur einnehmen. Äh, okay. Ich glaube, ich kann die aber nicht beenden. Ne, ich kann das Death Race gerade nicht beenden. Erwartbar. Ich... ...tue in der Zeit mal kurz, äh... ...nebenbei was nachschauen. Dum 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 dum. Und zwar, wie man an das Artefakt kommt. Oder weiß ich gerade aus dem Kopf. Weiß ich nicht. Dachte ich mir deswegen schon danach. Was ist Wasser zu Sh courts demand? ... очst Bin manchmal. untoline... Ja passt an Wゆ ela. ...Wistet wird einfach nachged falei. Heißt das Artefakt für Afterburner? Ja. Okay, dann habe ich das schon mal gefunden. Was? Overpower Requirement 10. Boost Recharge Rate 117%. Cool. Okay, ich versuche mal herauszufinden. Wenn man das bekommt, Rarity ist selten. Also blau, also das geht noch. Mhm. Weißt du, dass wir das als nächstes dann erfarmen? Ja, vielleicht mal neben den Aufnahmen halt. Das nimmt jetzt so viel Zeit weg. Ja, wir können ja mal zeigen, wo man es herbekommen könnte. Okay, warte mal. Schauen wir mal im Borderlands-Viki nach. Das wird doch ein bisschen was wissen. Bitte einmal ein bisschen annehmen. Das gibt es als Mission Reward. Und bei welcher Mission? Positive Self-Image. Die Mission mit Ellie und ihren Skulpturen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ah, okay. 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 Das heißt. Kein Grind. Ja. Warte mal. Ich muss noch mal kurz eine Sache nachschauen. Davor, bevor ich, ähm, darauf so antworte. Okay, stärkerer Boost, äh, tut schneller nachladen und, äh, dauert nicht mehr so lange, bis es nachlädt. Äh, ja, okay, dann wird der Afterburner gebraucht. Ähm, ja, dann ist das wahrscheinlich ein Artefakt, mit dem wir in den nächsten Part rein starten, würde ich mal sagen, oder? Das ist eine gute Idee. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir es kurz und sehen uns dann im nächsten Part mit Afterburner hoffentlich wieder und bis dann. Ciao.